Was soll's dann? Müssen wir noch mal rein, ne? Noch fuck sie mich nicht ab, noch hab ich Bock. Außer ich verlieg gleich sofort dann, ne? Nein, nein, alles noch gut. Ich muss mich jetzt einfach mal anstrengen. Was? Ah, Abt auf den Falschen reingeht. Oh Gott, ich lass mich die ganze Zeit hitten. Jetzt wird mal wach hier. Nein, ich krieg zu viele Hits gerade. Und die Mucke ist geil, das ist auch irgendwie motivierend, muss ich sagen. Das gibt mir mal ein bisschen Leben. Naja, wenigstens hab ich den Ball nicht verloren, weil das ist das Wichtigste. Moment, ich muss mal mehr reinkommen. Er ist halt immer gut Damage bekommen, ne? Ah, da muss ich aufpassen. Genau auf diese Dinger. Nein, warum da rein? Und noch mal rein. Nicht so knapp spielen hier, hallo. Alter, ich lass mich hier die ganze Zeit hitten. Das war auch wieder suboptimal. Nein, ich hab mich echt hitten lassen. Und ich hab den Balken weg. Ach, verdammt. Davor war ich so gut und jetzt bin ich hier so kacke in dem Modus. Okay. Alles klar. Ich gebe noch nicht auf. Nein, zu langsam. Ich sollte lieber entgegen. Ist einfach. Ja. Ist auch krass, dass ich so geil fliegen kann, ne? Die ist einfach heftig. Kommt. Jawohl. Weiter geht's, weiter geht's. Nein. Genau da muss ich aufpassen. Da hab ich ein bisschen viel Damage bekommen, leider. Was? Sie hat mich getroffen? Ich dachte, ich hab die getroffen, ne? Nein, nicht so viel Damage bekommen, sehr wichtig. Nein, und da hab ich nicht aufgefasst wieder. Und lass mich da einfach wieder abrasieren von ihr. Boah, die Olle ist echt heftig. Ich weiß, ich hab ihn mal anstrengen hier. Nein, da konnte ich... Oh, da bin ich weggekommen. Oh, zu langsam. Jetzt schon wieder so viel Damage. Vielleicht da auch lieber durchlaufen. Boah. Oh mein Gott, was mach ich hier? Dann kommt die heftige Phase noch mal hier. Wow, ich bin doch wieder bekommst. Um aufgeben zu fünften, hab dich gleich. Ah, Draco, du bist immer schneller, geil. Ja. Du weißt ja Bescheid, ne? Kein alternatives Ende. So, krass, das ist von Fernkampf in Nahkampf wechselt. Das ist so heftig bei dem hier. Wow, das ist einfach. Keine Schlacht hier, ne? Ich muss mich auch übelst konzentrieren bei dem Spiel, ne? Nein, und das war nicht so gut. Oh, das war doch auch eine Fürscht. Wo kommen wir jetzt? Nein, ich hab mich komplett hauen lassen. Okay, aber ich hab sie wenigstens getroffen, ne? Oh, da bin ich rein. Wieder da rein, ey. Und da auch rein. Ich hab hier noch weniger als vorhin, ey. Nein, wow. Ach, Mist. Wieder bei dem vorletzten mach ich diese ganzen Fehler. Dann darf ich die nicht machen. Weil ich brauch echt drei am Ende, sonst wird das so heftig. Wechseln. Nein, dann geht weiter. Nee, dann geht das so. But... Nein, das war dann. jetzt alles zu spät immer hier im infight mann ich will mal alles geben da bin ich direkt in den strahlreihen geportet jetzt habe ich wieder nur noch einen da die letzten beiden wie der Dings gesagt hat die ist heftig er hat es vorausgesagt und genau das ist jetzt auch mein Knackpunkt die Frau oh ich bin ja runtergefallen muss doch nicht sein und dann da rein okay wieder in den strahlern ja wenigstens einen auch wieder bekommen jetzt beim letzten oh Gott aber das war so heftig ich weiß noch nicht mal was in der zweiten Stufe war der war ja irgendwie so krass dass ich nicht wusste was da passiert jetzt fängt schon die nächste Stufe direkt an der strahl okay okay Nein, nicht runter, aber das ist so doppelt. Was muss ich jetzt machen? Überleben oder was? Alter, wie soll ich das denn machen? Muss ich an die ran? Muss ich die irgendwie einmal hitten oder so? Ganz verstehe ich noch nicht, wie ich das hier machen soll, wenn ich ehrlich bin. Was soll ich denn da machen, Alter? Muss ich an sie rankommen und einmal hitten, dann einmal zittet rein oder was muss ich machen? Das check ich noch nicht ganz. Ist das einer zufällig und könnte das vielleicht schreiben? Ich habe das Gefühl, ich muss auf sie draufhauen irgendwie. Oh, ein Double-Hit. Ich habe echt das Gefühl, ich muss sie schlagen, aber ich habe jetzt Angst, dass ich sie verkacke oder so. Okay. Ich muss sie echt schlagen. Dann habe ich es vorhin echt fast gehabt oder was? Und jetzt habe ich es. Alter. Das ist nicht euer Ernst. Sie war fast weg vorhin. Ja. Ich habe sie echt einfach geboxt. Ich glaube, das war besser, weil sie lag da so komisch. Vorhin war es so knapp, ne? Ich habe den Hit gesetzt und trotzdem hat sie mich bekommen gehabt. Aber jetzt haben wir es wenigstens. Töte sie, Mann, die wollte nur dein Herz haben. Agent! Schöne, Mann, das war echt schwer. Aber nicht geblieben. Danke, Sternchen. Danke, Draku. Weiter geht's. Oh, heftig. Oh Draco, das geht jetzt in den nächsten Stunden. The next one is harder. Oh my god, Arjun, no. Please don't dare me, what the fuck.